Oh ja! Ey, wie viel Sätze hast du noch? Noch 29. Okay, bist du im Aufbau? Siehst gut aus! Ich bin auch gerade im Aufbau. Aber clean mache ich das. 4.000 Kalorien, Haferflocken, Hintenbrust, Brokkoli und so. Weißt du, ich will nicht so fett aufbauen. Ich will das clean machen. Clean aufbauen. Originale Nichtskönner wie dich sehe ich jeden Tag. Erzählen mir immer von ihren Haferflocken, von ihrer Hintenbrust, von ihren 4.000, 5.000 Kalorien. Und am Ende des Tages schaffen sie es nicht mal auf 2.000. Wer groß und stark werden will, muss essen. Der helfen Kalorien. Mein Geheimtipp, Kekse. Kekse formen diesen Bizeps. Wenn du was clean machen willst, draußen steht meine Karre. Ich hab da was für dich. Richtig gutes Zeug. Okay, mach ich. Danke. So ein leckerer Keks.